Ich bin gerade voll angesprungen, wie du gesagt hast, diese Rollen verteilen im Meeting. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, weil es gibt ja auch schon diese Grundthese, die leider fast nie zur Anwendung kommt, aber dass es sehr schwierig ist, das Meeting zu leiten als Vorgesetzter, was so eine ganz klassische Rollenverteilung ist. Der vorgesetzte Führungskraft ruft das Meeting ein und ist gleichzeitig auch der Moderator vom Meeting und ist gleichzeitig aber auch der wichtigste Entscheidungsträger in dem Meeting. Und du hast schon gehört, da sind jetzt ganz viele Hüte dabei, die immer dieselbe Person aufhat und das ist richtig schwierig, sich da durchzumanövrieren und man hat dann mit sich selber ständig Konflikte. Also einerseits irgendwie das Thema heranzutreiben, einerseits was zu entscheiden, andererseits vernünftig über das Thema auch nachzudenken und man sollte da, glaube ich, diese, also man tut sich viel leichter, wenn man diese Rollen ein bisschen verteilt, wie du gerade gemeint hast, im Team. Also ich meine, früher hat man einfach klassisch gesagt, kann irgendwer Protokoll schreiben oder so und dasselbe sollte man auch denken, wenn es um Moderation geht. Und bezüglich Protokoll schreiben ist mir auch noch was eingefallen, vielleicht sollten wir über das einmal detaillierter sprechen, weil ich das wirklich auch eine ganz tolle Idee finde, wie man ein Protokoll schreiben kann, ist von einem Kanal auf YouTube, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie er sich wirklich nennt, irgendwie ein McKinsey-Berater, glaube ich, oder so irgendwie nennt sich der Kanal. Und es geht um das Meeting-Notes-Schreiben, also wie kannst du gut ein Protokoll schreiben und er sagt halt, früher hat er auch immer einfach, du schlagst einfach ein neues Blatt Papier auf und fangst einfach oben zum Schreiben an, links oben und wenn du dann rechts unten bist, dann blätterst du halt einmal um und dann schreibst und schreibst und schreibst und dann kommst du dort raus, oft eben in Beratungshäusern, zum Beispiel wenn du eben der Junior-Berater bist, dann ist es üblicherweise deine Aufgabe halt eben genau das zu machen, schön drauf mitzuschreiben und hin und her. Und dann fragt dich nachher irgendwer was, so und, was machen wir jetzt, was ist eure Aufgabe, was ist unsere Aufgabe und fertig und dann fangst du mal zum Blättern an und dann, ja, also da ist das eine, haben wir gesagt und dann blätterst du weiter und da hinten haben wir auch noch gesagt und dann blätterst du nochmal weiter. Erstens peinlich und zweitens natürlich ineffektiv und er hat da ein wunderbares Modell geschaffen, wo wir jetzt glaube ich gar nicht so ins Detail reingehen können, aus ein bisschen Zeitgründen, aber wo das sehr strukturiert ist, ein A4-Blatt, da gibt es dann unterschiedliche Felder für eure Aufgabe, unsere Aufgabe, wo es dann irgendwie Ideen gibt, was könnten wichtige Themen sein, die man besprechen muss, quasi was möchte ich unbedingt an Punkten bringen und wo man dann ein bisschen festhalten kann und wo man vielleicht oben eine kleine Notiz macht, wer da alle da war, wo die gesessen sind oder so ähnlich. Und ein paar andere Dinge noch, die ich jetzt nicht mehr so steckreif im Kopf habe, aber wenn du dir mit sowas reingehst und sowas bei der Hand hast, das ist der absolute Gamechanger. Also noch nie hast du so super Notizen gehabt und hast nachher instant sagen können, so, wie wir ausgemacht haben, du machst erstens, zweitens, drittens, wir machen erstens, zweitens, danke, tschüss, fertig.